Wop, 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 wop an Pyeongchang Style. Frohes Neues aus Korea! Ihr denkt, ich spinne? Nein! Am 16. Februar ist koreanisches Neujahr. Also, Prost Neujahr! Der Fanreporter ist auch wieder am Start. Und ich gehe heute ne Runde Skifahren. Nicole Schott, deutsche Eiskunstlaufmeisterin 2018 bei mir. Pyeongchang, deutsches Haus. Und sie hat ihr Olympia-Debut. Und Nicole, bitte, wenn ich dich schon mal bei mir habe, bitte, ich tanze so gern. Zeigst du mir einen Tanzmove? Na klar. Toni, was isst Julia am liebsten? Na ja, leider Salat und sowas, siehst du ja. Salat und sowas. Und welches Schild kommt? Falsch kommt! Was ist sie wirklich am liebsten? Alles. Welche Schuhgröße hat Toni? 43. 43, welches Schild kommt? Falsch! Mensch, also, welche Schuhgröße hat er denn nun? 46. Man lernt nie aus im Leben, so auch der Fanreporter. Deswegen habe ich mir den Ralf Schmidt geschnappt. Der Ralf ist der Cheftechniker der Nordischen Kombinierer. Wenn einer was vom Skifahren versteht, dann er. Und ich möchte Ralf was zeigen. Ralf, ich habe dir was mitgebracht, und zwar ein Video von meinem Lauf in Pyeongchang. Irgendwas stimmt in meinem Material, glaube ich, nicht. Es ist nämlich irgendwie schiefgegangen. Schaust dir bitte an, ja? Okay, mach ich. Die fahren doch tipptopp. Aber schau mal deine Abfahrtshaltung an. Ich würde sagen, du machst mal einen Laufkurs irgendwie und dann erst über das Material reden. Ich glaube, mit der Bindung stimmt doch irgendwas nicht, oder? Ja, die ist auch ziemlich oldschool, ja. Was ist Julias größte Schwäche? Ist ganz schön zickig. Sie ist ganz schön zickig. Ah, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Das muss kommen. Oh, nein, das hätte ich nie gedacht. Ist das wahr? Sie hat richtig gesagt. Du bist doch nicht zickig. Du bist jetzt freundlich gewesen. Ja, immer nur, wenn er mich ärgert. Da macht es halt so oft. Was ist das Lieblingslied von Toni? Adrenalin. Adrenalin von Sascha Benecken. Ist das richtig? Richtig! Lena Gerke, wie ist die Tanzmaschine? Läuft das? Sehr anstrengend. Da gehst du mal drauf, oder? Ich habe ein komplettes Ski-Outfit an. Seit wann bist du in Pyeongchang? Seit gestern. Und du bist jetzt für Kira neu im Team bei Lena, oder was? Ganz genau. Bei Laura. L und L, man kommt durcheinander. Ja, das passt ganz gut, aber eigentlich. Du kommst mit dem Winter klar. Wir haben uns ja in Rio schon getroffen, wo es ja geil Sonne war. Hier haben wir auch ein bisschen Sonne, aber fehlt Schnee. Bist du eher der Winter- oder der Sommertyp? Ja, Laura läuft ja immer noch in ihrem Beach-Höhrchen hier rum. Ich bin aber auch eher der Sommertyp. Ich habe die Lena schon gefragt. Hast du Kira jetzt aus dem Team gekegelt und Lena ist dabei? Ja, also ich habe ihre Volleyball-Künste noch nicht miterlebt. Es wäre mal interessant auf jeden Fall. Vielleicht sollen wir da auch noch mal eine Challenge machen. Nein, aber Kira vermisse ich natürlich hier auch. Worauf freust du dich am meisten bei den Spielen? Ehrlich gesagt, überhaupt dieses ganze Drumherum. Als Nicht-Athlet bei den Winterspielen dabei zu sein, ist schon einfach eine spannende Sache. Auch mal hier zu sein, ohne Druck zu haben. Und einfach entspannt sich das anzugucken, das ist einfach das Genialste. Julia, letzte Frage für dich. Was ist Tonis größte Stärke? Ehrgeizig sein. Ehrgeiz? Toni, ist das deine größte Stärke? Richtig! Wie viel Kilo schafft Julia wohl an der Langhantel? Äh, 65 Kilo. 65 Kilo? Richtig oder falsch? Falsch! Sie schafft mehr, oder? Ja, in Obo schaffe ich 80 Kilo. 80 Kilo. Deine Frau ist stärker, als du denkst. Oh, Pan, Pyeongchang-Style! Oh, no!